Herzlich Willkommen! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Es geht in diesem Video grob gesagt um die Planung einer USA-Reise. Uns erreichen immer ganz viele Zuschriften mit ganz vielen Fragen. Wir wollen versuchen, das Ganze strukturiert, wie wir so eine Reise planen, in diesem Video aufzuzählen. Ja und vorweg können wir nochmal sagen, dass uns unsere bisherigen Reise, die wir in den USA gemacht haben, total gut gefallen haben. Was war dein Highlight sozusagen so? Also weil es halt meine erste USA-Reise war und Los Angeles schon eine große Nummer ist, würde ich sagen, dass es bei mir der erste Roadtrip war, also die erste USA-Reise ist. Aber wir haben ja noch viel mehr gesehen, wo ich eigentlich sagen würde, dass mir das sogar besser gefallen hat. Nur das erste Mal USA ist schon was Besonderes. Und vor allem, wenn man dann so Sachen mitnimmt wie Los Angeles da, den Santa Monica Pier mit dem ganzen Santa Monica Beach und Venice Beach und dann auch noch San Francisco sieht. Also die ganzen Bilder, die man eigentlich nur von Filmen kennt und das zum ersten Mal zu sehen und die ganze Atmosphäre insgesamt in Amerika schon was Besonderes. Also so als Highlight habe ich wirklich die erste USA-Reise, die ich hatte, als Highlight. Ja und das war eine Reise durch, zur Westküste. Wir haben also einen Roadtrip gemacht, wie John schon gesagt hat. Und viel Kalifornien, Arizona, Nevada, in Las Vegas waren wir ja auch noch drüben. Ja, das war so der typische Westküsten-Roadtrip, den man so macht. Grand Canyon haben wir ja auch noch mitgenommen. Genau, wir nennen das Nationalparks. Und das ist eben auch das erste, was man sich erstmal, bevor man eine Reise macht, überlegen sollte. Was möchte man eigentlich machen? Möchte man viel Landschaft sehen? Möchte man Natur sehen? Großstädte. Die Einsamkeit genießen oder möchte man am liebsten Städte besichtigen? Meine erste Reise in die USA habe ich 1988 im Alter von 20 Jahren zusammen mit einem Schulfreund unternommen. Wir hatten uns damals in einem Reisebüro diese eher abenteuerliche Reise planen lassen und sind von Bremen über Amsterdam mit Royal Jordanien Airlines nach New York geflogen. Das war damals schon eine Besonderheit und die Reise stand im krassen Gegensatz zu weiteren Reisen, die ich später in die USA unternommen habe. Die Eindrücke waren allerdings überwältigend, obwohl alles irgendwie ganz anders war, als man es sich vorher vorgestellt hatte. Als wir in New York am Flughafen ankamen, war es schon sehr spät am Abend. Wir hatten gehört, dass man ausschließlich die typisch gelten Taxen zum Hotel nehmen sollte. Diese waren allerdings nicht zu finden. So nahmen wir einen Fahrer, der mit seinem Pappschild seine Dienste anbot. Blöd wie wir waren, erzählten wir während der Fahrt, dass es unser erster Aufenthalt in den USA war und man merkte uns unsere Unwissenheit mit Sicherheit an. Am Hotel angekommen, zückte der Fahrer dann eine Preistabelle aus der Tasche und wir merkten erst bei der Rückfahrt mit einer Yellow Cap, dass wir den doppelten Preis bezahlt hatten. Unser Zimmer war natürlich bereits inzwischen schon vergeben, sodass wir im Hotel zunächst eine vorübergehende Unterkunft bekamen. Unser Gepäck war von Amsterdam übrigens auch nicht mit unserer Maschine nach New York gereist. Dieses wurde dann aber zum Glück mitten in der Nacht zum Hotel nachgeliefert. Probleme gab es übrigens auch mit der von mir gewählten Kreditkarte. Zu dieser Zeit wurde in den deutschen Medien die American Express Karte stark beworben mit dem Motto, zahlen Sie mit Ihrem guten Namen. Darum hatte ich diese Karte gewählt und durfte feststellen, dass diese Karte in den USA eher wenig akzeptiert wurde und entsprechende Geldautomaten selten waren. Aber irgendwie hat dann doch alles funktioniert. Nachdem wir einige Tage in New York erlebt hatten, ging es weiter nach Los Angeles, wo wir im Stadtteil Hollywood wohnten. Einen Mietwagen konnten wir aufgrund unseres Alters übrigens nicht buchen, darum waren wir zwangsläufig viel zu Fuß unterwegs gewesen. Ein echtes Highlight war für uns natürlich der Besuch in den Universal Studios Hollywood gewesen. Da ging wirklich ein Traum vor uns in der Füllung. Dann ging es für uns weiter nach Miami, wo wir direkt in Miami Beach für eine Woche ein Hotel gebucht hatten. Durch die TV-Serie Miami Vice waren unsere Erwartungen natürlich hoch, die sich aber nicht erfüllten. Ohne Auto kamen wir vom Strand nicht weg und im Hotel war ausschließlich Relaxen am Pool und Strand angesagt. Aber wir waren wenigstens mal in Miami gewesen. Dann nach einigen Tagen ging es zurück nach New York, wo wir noch unsere Reise bis zum Ende genießen durften. Höhepunkt war hier übrigens die Aussicht auf New York vom World Trade Center aus gewesen. Unsere Videoaufnahmen hatten wir damals übrigens mit einem aus heutiger Sicht großen, tragbaren Virekorder und einer externen Videokamera gemacht. Das war also schon eine ganz schöne Schlepperei gewesen, aber es hat sich gelohnt. Das muss man sich alles vorher überlegen, bevor man eine Reise in die USA plant. Aber man braucht das auch nicht zu fest planen, dass man so sagt, wir haben diesen Plan, wir müssen das und das schaffen. Bei uns war auch sehr vieles spontan. Also wir haben Orte einfach entdeckt, in denen wir quasi irgendwo hingefahren sind. Also wir waren jetzt auch nicht so fest und hatten uns unsere Ziele gesetzt, sondern haben so gesagt, ja heute fahren wir mal so und so viel oder dann gucken wir mal auf die Karte und sehen, was in der Nähe liegt. Man muss sich natürlich erstmal trotzdem grob überlegen, wo es dann hingehen soll. Soll es die Ostküste sein, soll es die Westküste sein, sollen es die Südstaaten sein, soll es der Mittelpunkt von Amerika sein. Das ist natürlich klar. Ja, und was bei einer relativ ungeplanten, spontanen Reise so herauskommen kann, das sieht man hier an einer Karte, die Günther für uns erstellt hat. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Das war unsere Reise, die wir im Jahr 2023 gemacht haben, unsere Südstaatenreise. Und wenn man hier sieht, oben bei Atlanta, bei Punkt 1, wo wir angefangen haben, haben wir es doch geschafft, in der uns zur Verfügung stehenden Zeit eine ganz gute Rundreise, einen schönen Roadtrip zu machen. Also es kann funktionieren, wenn man es nicht übertreibt. Also wenn das Ziel dann einigermaßen feststeht, wir haben es auch immer nur so gemacht, dass wir uns immer einen Startpunkt gesucht haben. Also unsere erste Reise ging in Los Angeles los und die hat auch da geendet. Dann haben wir eine Florida-Reise gemacht, da sind wir eigentlich in Orlando geblieben. Geblieben, haben zwar auch einen kleinen Roadtrip gemacht, sag ich mal, ein bisschen durch Florida. Wir waren ja sogar fast auf diesen, wie hieß es da? Key West. Key West. Das haben wir... Miami waren wir ja auch. Also zwar nur an diesem Miami Beach, aber das war auch ganz cool. Ja und wir haben natürlich auch den Verkehr von Miami kennengelernt, indem wir nämlich... Ja also Miami sieht auch... Also ich bin ehrlich, als ich da reingefahren bin, ich fand erstmal, die Stadt ist zwar sehr erstaunlich mit den ganzen hohen Gebäuden, aber es sah schon irgendwie richtig schrecklich aus. Also die Ecke, die wir gesehen hatten, als wir da in diesem Stau da drüber gefahren sind, die ganzen hohen Gebäude und ja irgendwie, ich weiß nicht, wenn so ganz viele kleine Fenster irgendwie aneinander sind, sieht das von der Ferne irgendwie ganz komisch aus. Und so näher man dran war und so schöner wurde es dann. Und wo ich auch dann jetzt ganz... Was ich ganz cool finde, Los Angeles habe ich gesehen, weil ich es durch GTA kannte. Und in Miami waren wir und das wird jetzt GTA 6. Ja, für John war es immer ein wichtiger Punkt, dass wir Gegenden besuchen, die er aus Spielen oder Filmen kannte. Das geht mir aber genauso. Und unsere dritte Reise, die haben wir in der Südstadt gemacht. Da war so eine ganz gute Mischung zwischen Roadtrip und das Besichtigen von Großstädten. Wir hatten ja einige auf der Tour. Wir haben ja auch noch dort Filmlocations besucht. Ja, wir haben also... Und das wollte ich jetzt mal sagen, wir haben also dann, wenn wir den Ziel und Endpunkt der Reise wussten, da war es in Atlanta, in den Südstaaten, dann haben wir uns diese Reise während der Reise eigentlich erst geplant. Wir haben also gar nicht uns überlegt, wo fahren wir als erstes hin. Das haben wir immer morgens gemacht. Okay, du hattest dir so ein paar Sachen ja vorgenommen, wie ein Cowboy gut kaufen. Ich wollte natürlich... Und dann heißt es natürlich, ja okay, dann müssen wir ja nach Texas fahren. Aber dann haben wir uns vielleicht so zwei, drei große Stichpunkte gemacht, wo wir gesagt haben, wäre schön, muss nicht sein oder das würde ich schon eher wollen. Und dann haben wir einfach so die Orte dazwischen mitgenommen. Und so war das richtig schön, weil man sich auch so überraschen lassen hat. Genau, also ich kann es nur empfehlen, nicht jeden Tag schon explizit zu Hause zu planen, denn das ist dann wirklich Stress. Ja, vor allem, wenn man dann schon die Hotels vorher bucht oder so, gibt es ja auch Leute, die das machen. Ja. Und du verpasst einmal was, vielleicht durch einen Stau oder da wird irgendwas, ja weiß ich nicht, aber dann ist die ganze Reise eigentlich so im Arsch. Oder wird dann sehr stressig. Wenn man einen Tag mal was nicht schafft. Also meine Empfehlung ist es wirklich, das Ganze spontan zu machen. Wenn man es so macht, wie wir es getan haben. Wichtig ist dann als erstes, was man zu Hause auf jeden Fall machen muss, sind ein paar Dinge. Das ist einmal, man muss sich, um in die USA einreisen zu können, registrieren lassen. Da gibt es dieses ESTA-Formular. Das kann man online machen. Als wir das bezahlt haben, dieses ESTA, hat es noch 14 Dollar gekostet. Inzwischen kostet es jetzt gerade 21 Dollar pro Person. Hält aber zwei Jahre. Und damit haben wir es bis jetzt geschafft, also mit diesem Dokument, das musstest du ja bestimmt schon mehrmals erneuern, weil du bist ja schon lange USA... Ach so, das gab es früher noch gar nicht. Früher, als wir die anderen Reisen gemacht haben, musste man sich so ein 3-Monats-Visum irgendwie beschaffen. Ach so. Das ist jetzt sehr viel einfacher. Man geht einfach auf die... Wir sind damit dreimal in die Staaten gekommen mit diesem Dokument. Ja, genau. Man geht einfach auf die Webseite, gibt dort so seine Daten ein und dann kann man das auch schon online bezahlen, das Ganze. Und in unserem Fall war es so, dass am selben Tag noch die Genehmigung für unsere Einreise in die USA erfolgt ist. Und man kann das auch machen, wenn man noch gar nicht weiß, wann man genau losfliegt, weil das ESTA-Formular, wie gesagt, zwei Jahre lang gültig ist. Ja, und wenn man dann einreist, muss man erstmal da in so einer Schlange stehen. Das war so, als wir in Los Angeles das erste Mal waren. Moment, da müssen wir aber noch vorher was sagen. Das war riesenvoll, aber... Bevor wir einreisen können, ist es noch wichtig, weitere Sachen zu Hause zu erledigen. Ja, Flüge. Stimmt, mach das erstmal. Man muss sich erstmal den Flug buchen. Das kann man machen, natürlich im Internet. Ich finde es allerdings sehr, sehr stressig, weil wenn man einen Flug gefunden hat, wo dann auch die Flugzeiten einigermaßen stimmen. Man sollte darauf achten, vielleicht, dass man in Deutschland nicht zu früh und nicht zu spät losfliegt. Wir haben es also immer gehabt, dass wir relativ früh morgens losgeflogen sind in Deutschland. Meistens war es so gegen 6, 7, 8 Uhr morgens. Das war recht angenehm. Man muss natürlich auch bedenken, dass man, wenn man den Flughafenweg in der Nähe hat, circa zwei Stunden vor Abflug sich im Flughafen einfinden muss. Oder sollte. So, und wir haben diesen Flug, ich habe es früher schon mal gemacht, die Flüge im Internet gebucht. Dann war es oftmals so, man hat sich da durchgekämpft durch die ganzen Angebote, die es gibt. Und dann kamen auch wieder versteckte Kosten dazu. Da war vielleicht kein Gepäck da mit bei. Oder irgendwelche Flugsteuern waren nicht mit eingerechnet. Dann war kurz bevor ich buchen wollte, der Flug wieder nicht verfügbar. Da muss man aufpassen, dass man auch möglichst, wenn man es möchte, den selben Flughafen zum Abflug wieder benutzt, den man auch beim Hinflug schon kennengelernt hat. Ich hatte einmal das große Pech gehabt, dass ich in New York alleine gewesen bin und hatte diesen Flug auch online gebucht und habe gar nicht bemerkt, dass der Flughafen zur Rückreise ein anderer war. Ich habe das erst einen Tag vorher bemerkt, wo ich einmal alles so durchguckte. Und dann war es in New York geblieben, wäre doch auch schön. Ja, wenn es mal so einfach wäre. Da musste ich mich also noch am letzten Tag darum kümmern, wie ich zu dem anderen Flughafen hinkomme. Das war mit dem Zug. Es war ein bisschen stressig, aber das habe ich geschafft. Und dann ist auch noch wichtig, wenn man einen Roadtrip alleine machen möchte, ohne Reisegruppe, dann sollte man über die Basics der englischen oder amerikanischen Sprache verfügen. Man sollte also einfache Sätze bilden können, sage ich mal, und auch vielleicht ein bisschen was verstehen können. Weil selbst wenn man so die Kenntnisse hat, wir hatten das Glück, wir beide konnten uns immer so ergänzen. Aber ich weiß noch einmal, standen wir da bei so einem Bürgerladen und da hast du wirklich gar nichts verstanden. Weil dann hat man durch so eine Gegensprechanlage gesprochen. Dann haben wir noch übel schnell gesprochen. Genau. Also das ist schon nicht wie im Englischunterricht. Und wenn man dann, wie soll ich sagen, jeder kennt es glaube ich, wenn man dann nochmal in seinem Kopf, kann man so sicher sprechen, aber wenn man dann angesprechen wird und direkt antworten muss, dann ist das alles noch ein bisschen schwerer. Aber wir haben es ja trotzdem gut geschafft und konnten uns sogar gut unterhalten da. Weil man lernt ja viele nette Leute kennen. Für uns ist das so ein Kennenlernen, aber für die ist das ganz normal, dass man da ja Smalltalk wird. Das ist der Smalltalk, den man in den USA öfters macht. Ich finde es sehr angenehm. Vor allem, wenn man essen geht, dann muss man Englischkenntnisse haben, wenn man das so erleben möchte. Ich glaube, die sind aber auch nicht böse, wenn du die nicht verstehst. Aber du musst halt höchstens auf der Karte zeigen können, was du futtern willst. Genau, wer also keine Englischkenntnisse hat oder nur sehr, sehr wenige, dem empfehle ich dann tatsächlich eine Busreise, die organisiert ist, wo man also dann gar nichts machen muss. Wo auch die Hotels alle schon vorgebucht sind. Das wäre dann was ganz anderes, als das, was wir machen. So, und dann haben wir es immer so gemacht, dass wir das erste Hotel bereits vorgebucht haben. Und wir haben die gesamten Hotels, die wir auf unserer Reise angesteuert haben, über Booking.com gemacht. Ja, es gibt auch noch andere Veranstalter im Internet, aber für uns war Booking.com eine super Sache. Das ging unkompliziert, schnell und einfach, ohne versteckte Kosten. Und ja, war eine gute Sache. So, und jetzt kommen wir dann zu dem, was ich eben schon sagen wollte, wie die Einreise läuft. Das erste Mal in Los Angeles hatten wir das Pech, dass wir in eine riesen Schlange mussten, weil es gibt zwei separate Schlangen. Einmal für Leute, die in den Staaten leben und einmal dann halt Touris wie uns oder Leute, die ja geschäftlich sind oder frag mich was. Und bei uns kamen gerade mehrere Maschinen zur gleichen Zeit an. Also das ist ein großes Aufkommen. Da hatten wir einen großen Schock. Da standen wir glaube ich auch drei Stunden oder so in der Schlange. Ne, so lange war es nicht. Zwei. Ja, zwei Stunden war es. Zwei Stunden in der Schlange. Naja, das war zum Glück nur beim ersten Mal so. Bei den anderen zwei Malen war es relativ leer. Das ging ganz schnell. War so zehn Minuten Sache. Und dann spricht man da erstmal mit einem Polizisten, lässt ein Bild von sich machen und gibt dann Fingerabdrücke ab. Also das geht aber alles ganz unkompliziert. Da wird eine Kamera hingestellt oder die steht da schon. Dann sagt er einmal bitte reingucken. Dann macht man hier seine Fingerabdrücke. Ja, ich weiß noch, ich war das erste Mal schon so erstaunlich, wie cool das eigentlich war, so wenn man aus der EU rausfliegt, weil dann kommen wir zum speziellen Bereich vom Flughafen, zeigt ja seinen Reisepass vor und so. Und das war dann also schon echt cool. Also ich weiß noch, es war eine richtige Folter, da zwei Stunden in der Schlange zu stehen beim ersten Mal, weil man weiß, man ist das erste Mal in Amerika, dann ist man noch in Los Angeles und man steht dann da in diesem beschissenen Flughafen und will eigentlich nicht nur so direkt raus so Hollywood sehen und das Chinese Theater oder... So, wir sind jetzt beim TCL, Chinese Theater und ich herzlich willkommen, was ich sagt. Ihr kennt auch Safe, dieses Kino da in GTA. Das ist das und ja, hier sind auch Handabdrücke und Fußabdrücke von Schauspielern und wir haben ja gerade Arnold Schwarzenegger entdeckt und das ist ja von Stefan und mir, wie nennt man das, ein sehr geliebter Schauspieler, weil wir die Terminator-Filme lieben und ich realisiere es gerade irgendwie gar nicht, dass ich so richtig in Amerika bin, weil ich kenne diese Orte, ja meist teils aus GTA-Filmen und sowas, aber dass ich jetzt wirklich hier stehe, finde ich irgendwie krass. Also ich kenne das alles, aber ich bin zum ersten Mal da, aber mir gefällt das sehr. Genau, das kann man, also Walk of Fame, die ganzen Sachen, das quält, hat einen voll gequält da, also als wir da so lange gestanden... Das kann man übrigens schon völlig vergessen. Also man kann sagen, dass der Anreisetag und der Abreisetag, das sind zwei verlorene Tage. Man ist also den ganzen Tag wach und mit seinem Hin- oder Rückflug und der An- oder Abreise beschäftigt. Jetlag hatte ich tatsächlich aber nie, als wir angekommen sind, weil da war ich immer so voll mit Adrenalin und so wach. Aber Jetlag hatte ich dann wieder, als wir immer zurück wieder hier nach Deutschland geflogen sind. Aber da habe ich auch einen ganz guten Tipp. Nicht schlafen, sondern einfach irgendwas machen. Ich habe mich immer mit irgendwelchen Freunden getroffen und dann ging das. Ja, da hat jeder seine eigenen Hilfsmittel, um den Jetlag gering zu halten. Was auch noch wichtig ist, wenn man einen Roadtrip machen möchte, natürlich braucht man ein Auto. Kommt da natürlich nur drauf an, was für ein Roadtrip... Obwohl, wenn man einen Roadtrip macht, ja. Wenn man aber jetzt, keine Ahnung, nur in New York ist, zwei Wochen oder so, dann braucht man kein Auto. Und für New York ist es klar, da ist es natürlich zu Fuß besser als mit dem Auto. Möchte man aber vielleicht spontan ein Auto mieten, kann man es natürlich auch noch tun. Da gibt es auch genügend Möglichkeiten in den USA. Aber am preiswertesten ist es tatsächlich, wenn man das Auto bereits hier in Deutschland bucht. Und zwar möglichst rechtzeitig, denn dann ist das Angebot an verfügbaren Autos noch größer. Das ist auch cool, so ein amerikanisches Auto. Also hat nicht lange gedauert, bis wir uns auch einen Automatikwagen geholt haben. Ja, das stimmt. Und da gibt es auch natürlich Möglichkeiten, hier in Deutschland verschiedene. Ich kann nur empfehlen, das Auto auf gar keinen Fall im Reisebüro zu buchen, weil es dort wirklich deutlich teurer ist, als wenn man es woanders bucht. Ich habe das verglichen, wir haben unseren Mietwagen immer über den ADAC gebucht. Und dann mit Herz? Nö, das ADAC ist ja unser Autoclub, den wir hier in Deutschland haben. Wenn man da Mitglied ist, dann lohnt sich das, dann kann man nämlich Sonderkonditionen bekommen. Und man kann dann beim ADAC auswählen, ob man von Avis, ob man Herz, ob man Dollar, was gibt es denn noch alles und wie die ganzen Autovermietungen, Adamo, gibt es noch. Kann man sich also aussuchen, was man haben möchte, sind die Preise genau aufgelistet und wir haben wirklich damit eine gute Kategorie bekommen und wir haben dafür verhältnismäßig wenig Geld bezahlt. Und den Mietwagen haben wir, was man vielleicht gar nicht machen soll, immer gleich nach der Ankunft am Flughafen in Empfang genommen. Und zwar auch am Flughafen. Und dann direkt über fünf-spurige bis sechs-spurige Highways gefahren. Da muss man sich voll müde. Da muss man sich drüber im Klaren sein, dass das sehr anstrengend ist. Man ist den ganzen Tag auf den Beinen. Das kann man ja auch nicht mit dem deutschen Verkehr vergleichen, also ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Man muss sich mit dem Wagen erst mal vertraut machen. Das kann man auf dem Parkplatz machen, also mehr als vorwärts, rückwärts. Und dann die ganzen neuen, also erstmal alle Straßenschilder da auf Englisch lesen. Das geht ja sogar noch. Aber auch die anderen Verkehrsregeln so, glaube ich, das ist eine Umstellung als Fahrer. Weil, was meine ich da zum Beispiel, bei einem Stoppschild fährt immer der, der zuerst... Wenn einer an eine Kreuzung kommt. Eine Kreuzung und da ist ein Stoppschild, dann fährt der, der das zuerst da war. Und dann muss man sich dann quasi da verständigen. Geht aber auch ganz einfach. Locker. Besser als eine Ampel. Und, ähm, was denn noch? Wenn eine Ampel, wenn da rot ist, kannst du bei... Wenn da nichts steht, also manchmal steht da kein, äh, no turn on... No right turn on red oder so. Aber wenn da nichts steht, dann kann man einmal rechts abwiegen. Darf man nicht vergessen? Wenn die Ampel rot ist, darf man rechts abwiegen. Wenn man das mal vergisst... Dann hupen die Händen und meckern. Dann hupen die Händen schon und meckern, ist klar. Ja, das sind so Sachen, die man sich... So ist das zum Glück nicht passiert, ne? Auf einmal schon, ne? Ja, sag ich doch. Ähm, das sind so Sachen, die man sich vorher auch überlegen sollte. Mach ich noch eine Nacht am Flughafen und, ähm, ruhe mich erstmal aus? Oder stürze ich mich gleich ins Vergnügen? Wir haben das gemacht, es ist alles gut gegangen. Zum Glück hatten wir Stau. Da hat man ein bisschen mehr Zeit, ähm, ähm, äh, sich zu akklimatisieren. Und sich an die Straßenverhältnisse... Stimmt, das ist da scheiße heiß in manchen Orten. Ich meine, akklimatisieren an die Verkehrsbedingungen. Ach so, akklimatisieren? Es sind dann, ja, kann man dafür auch sagen... Egal. Ist auch egal. Kannst du mir später erklären. Ähm, Los Angeles, da sind mal eben, äh, acht Spuren, ähm, woran man sich gewöhnen muss. Darf man keine Angst vorhaben, es geht alles ganz gut. So, wie man sieht, sitzen wir im Auto, aber erstmal, äh, was ist alles noch passiert? Ähm, ja, es, äh, lief natürlich leider nicht so alles so ruhig, sondern eher mehr stressig. Äh, wir sind gelandet und, äh, mussten dann erstmal, ähm... Ich weiß gar nicht, wie das heißt, ähm, weil wir keine Amerikaner sind, mussten wir, äh, durch den Flughafen, durch, mussten wir erstmal so Fragen beantworten und unseren Passwort zeigen, Fingerabdrücke geben. Und um da anzustehen, ich glaube, wir standen da zwei Stunden oder... Zweieinhalb Stunden waren's. Zweieinhalb Stunden. Und das war wirklich nervig, weil es halt auch so langweilig war. Deswegen, es war einfach, jeder weiß wie ein Flughafen aussieht. Einfach... So viele Leute habe ich noch nie irgendwo warten sehen. Johnny hat ein Foto gemacht, das können wir jetzt mal eben einblenden. Der hat, ja... So, ich muss mich konzentrieren, hier muss ich jetzt auf die andere Spur. So, was ist dann passiert, äh, als wir dann nun endlich durch waren? Äh, ja, dann sind wir mit so einem, äh... Shuttle-Bus. Shuttle-Bus, äh... Nach dem wir unser Gepäck, äh, zum Glück gefunden haben. Stimmt, stimmt, das, 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 das haben wir uns eigentlich schwerer vorgestellt, aber wir haben es zum Glück gefunden. Das stand da einfach so offen rum. Ähm, ja. Auf jeden Fall sind wir dann mit einem, äh, Shuttle-Bus, äh, zum, zu der, war das ein Auto raus? Das war ja alles... Das war eine Autovermietung. Autovermietung und, äh, ja, Herz. Und dort haben wir dann dieses, äh, schöne Auto hier, äh, abgeholt. Und jetzt fahren wir damit. Und wir waren gerade schon auf dem, auf dem Freeway und ich glaube sogar schon auf dem Highway. Das ist ja, wenn das so oben ist. Äh, genau, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, nachdem wir erst, äh, ungefähr 30 Stunden auf den Beinen sind. Ja. Jetzt stehen wir erstmal hier wegen, äh, Verkehrsunfall, steht hier. Warte, und dann habe ich ja genau die Möglichkeit nachzugucken, wie spät es gerade in Deutschland ist. Man sieht ja hier ist Tageslicht, äh, ja, 3 Uhr nachts. Ja, jetzt sind wir jetzt gerade mal 24 Stunden erst. Ja. Also ich, ich bin um 3 Uhr nachts aufgestanden ungefähr. Stimmt. Und dann ist noch wichtig, was man auch vor Abreise machen sollte, ähm, entweder man bucht sich mit dem Mietwagen ein Navigationsgerät. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin früher, wir sind früher auch oft in den USA unterwegs gewesen und haben es immer mit Karten gemacht. Da hat immer einer eine Karte gelesen. Das kann man eigentlich heutzutage, wollte man das vergessen. Also entweder... Sonst kannst du auch, was wir gemacht haben, immer das Handy da fest, also mit dem Auto verbunden, aber Handy Navi ist inzwischen ja eigentlich eh das Beste. Mit dem TomTom oder so hätte man das zwar auch geschafft, aber, ja, Handy Navi, wenn man ein iPhone hat, können wir einfach die ganz normale App Karten empfehlen. Ansonsten gibt es ja noch so Google Maps oder... Richtig, ja. Ja, das ist natürlich auch wichtig, dass man eine Internetverbindung hat. Obwohl inzwischen, inzwischen ist es bei, das weiß ich bei Apple ist es so, dass du dir die Routen runterladen kannst im WLAN. Mhm. Und dass du dann ohne eine Internetverbindung fahren kannst. Trotzdem ist so eine Verbindung mit dem Internet immens wichtig für einen Roadtrip, den man auf eigene Faust unternimmt. Man möchte Informationen bekommen über Reiseziele, wenn man nicht irgendwelche Bücher, wie wir sie hier noch haben, mitschleppt. Ist übrigens auch zu empfehlen, dass man sich ein bisschen Lektüre mitnimmt, denn wir haben gemerkt, also so richtig gute Online-Reiseführer gibt es nicht. Wenn man das Ganze spontan macht, entgeht einem doch so einiges, was man... Obwohl es gibt aber auch sonst, wenn man damit besser klarkommt, gibt es auch viele Apps, haben wir auch benutzt. Ja, aber trotzdem ist es mit einem Buch, wo man... Einfacher mag es sein, aber dieses hier ist umfangreicher. Ist auch egal, macht euch auf jeden Fall, wenn ihr einen USA-Trip plant, Gedanken, ob ihr Internet benötigt oder nicht. Dann braucht es zum Beispiel auch zum Buchen des Hotels abends, wenn man abends ankommt oder tagsüber das buchen möchte, braucht man Internet. Es gibt natürlich viele Spots in den USA, wo man freies WLAN hat, aber sich darauf zu verlassen, halte ich für sehr riskant. Wir haben es gemacht, wir sind bei der Telekom unter Vertrag mit unseren Handys und ich habe mir den Travel Mobile Pass gekauft. Ich habe hier in Deutschland unlimitiertes Datenvolumen und mit diesem Pass, der kostet 49,99 Euro im Augenblick, heißt wie gesagt Travel Mobile, kann man sein in Deutschland vorhandenes Datenvolumen in den USA weiter nutzen. War für uns eine super Sache, weil ich unlimitiert hatte und hat man jetzt meinetwegen 36 Gigabyte, dann kann man diese 36 Gigabyte weiter verwenden. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Der Pass hält vier Wochen lang und ich muss sagen, ist eine super Sache. Was dann auch noch sehr wichtig ist, in den USA zahlt man eigentlich fast alles mit einer Kreditkarte. Und die muss man natürlich auch haben, wenn man sie noch nicht hat, kann man sie einfach beantragen. Oftmals kann man sie sogar innerhalb eines halben Jahres wieder kostenlos zurückgeben, wenn man sie dann nicht in Deutschland weiter nutzen möchte. Also alle Sachen, sei es der Mietwagen, sei es Unterkünfte oder sei es im Restaurant bezahlen, ginge zwar auch mit Bargeld, aber Kreditkarte ist ein unverzichtbarer Begleiter auf einem Roadtrip. Ja. Falsch rum, oder? Nein. Doch, falsch rum, falsch rum. Na gut, das habe ich leider noch nicht so gut gelernt. Ja, das waren sie eigentlich, die Tipps, die wir euch geben können, wenn ihr eine Reise plant. Sicherlich kommen noch ganz viele neue Eindrücke auf jemanden zu, der das zum ersten Mal macht. Man muss sich natürlich auch Gedanken machen, wenn man einen Nationalpark besuchen möchte, kann es sein, dass man unter Umständen seinen Besuch dort vorreservieren muss, wenn ein großer Andrang ist. Wir hatten das einmal gehabt, dass wir in den Yosemite Nationalpark wollten, sind wir gar nicht reingekommen, weil wir nicht wussten, dass eine vorherige Buchung stattfinden muss. Falsch mal, da wir ja ganz freundlich sind, wollen wir auch über das Tankstellenproblem aufklären? Ja, das Tankstellenproblem. In den USA ist es nicht so wie bei uns, dass man einfach an die Tanksäule ranfährt und dann tankt und dann reingeht in die Station und bezahlt. Das ist dort nicht möglich. Entweder zahlt man vorher, man geht also da rein und sagt, man möchte für 30 Dollar tanken. Das Benzin ist übrigens dort sehr viel billiger als hier bei uns. Es wird in Galonen abgerechnet, das sind ja etwas über drei Liter eine Galone. Und wir haben so Preise bezahlt zwischen 3,60 Dollar für eine Galone bis zu, ja, was waren das denn so, sechs Dollar haben wir auch schon mal gehabt. Also das variiert je nach Bundesstaat und Gegend. Oder man, Kriegkarte steckt man in die Tanksäule rein, gibt seine Geheimnummer ein und kann dann tanken und wird dann Cent genau abgerechnet. Hat man vorher bezahlt in der Tankstelle und hat den Betrag vielleicht nicht erreicht, den man vorausbezahlt hat, bekommt man ihn dann später wieder zurück. So, jetzt sind wir in Williams und tanken ist ja immer ein Abenteuer für mich, weil das immer überall anders ist. Man muss ja in den USA erst bezahlen und dann tanken und nicht wie in Deutschland erst tanken und dann bezahlen. Welcome to Shell, erstmal in that card. So, processing, Mastercard, please wait. Nicht die Karte herausziehen mehr. Und jetzt approved, remove card. So, remove. Und dann muss ich hier erstmal aufmachen. Das. Und jetzt nehmen wir Radmüller. Und dann sollte das laufen. Theoretisch. Ja, es läuft. Und dann sind wir auch gleich schon im Grand Canyon. Und wo wir einen großen Schrecken bekommen haben, insbesondere ich, weil wir haben heute ja im Laufe des Tages zweimal getankt. Und als wir bei Checkers waren, habe ich dann auf dieses, auf meinen, es gibt ja so eine Sparkasse, wo ich meine Kreditkarte habe, gibt es so einen ID-Check. Und da taucht dann jede Bewegung von der Kreditkarte auf, die man getätigt hat. Und das erste Tanken, was wir heute gemacht hatten, war bei 18 Dollar. Und auf der Kreditkarte tauchte auf 275 Dollar. Das war der erste Schock. Dann haben wir nochmal getankt gehabt. Und da waren es dann 24 Dollar. Haben wir hier auch auf dem Kassenbon schwarz auf weiß. Und auf der Abrechnung von der Kreditkarte bei dem ID-Check wurden 175 Dollar abgezogen. Und da ich überhaupt nicht mehr ausmalen konnte, wie das angehen kann, dass sowas passiert. Meinen tanken wir ja nicht zum ersten Mal. Und wir müssen auch noch einige Male tanken. Habe ich echt gedacht, was ist jetzt bloß los? Was können wir jetzt tun? Das überleben wir ja gar nicht. Finanziell nicht. Weil die Karte kann ja auch irgendwann gesperrt werden. Das hatten wir ja schon im letzten Rolltrip erlebt. Und da lag es daran, dass unser Limit irgendwie fälschlicherweise nicht hoch genug angesetzt war. Das wäre egal. Egal. Dann haben wir angerufen bei Mastercard. Es war auch schwer durchzukommen. Es lag wahrscheinlich daran, dass es in Deutschland gerade 3 Uhr nachts gewesen ist. Auf jeden Fall sagte man uns dann dort, das wäre ein ganz normaler Vorgang. Wenn man an der Tanksäule mit der Grillkarte bezahlt, dann wird immer das höchste Limit oder sowas genommen, was die Tankstelle nehmen kann. Aber abgebucht wird am Ende nur das, was man auch tatsächlich vertankt hat. Und da ist mir heute dann ein Stein vom Herzen gefallen. Zusammenfassend kann man sagen, man kann so eine Reise nicht ins kleinste Detail planen. Es werden immer wieder mal Sachen passieren, die man vielleicht falsch macht. Ja, zum Beispiel Stefan habe ich mich mal auf ihn verlassen. Wir sind in dem Glauben, weil ich mich auf Stefan verlassen habe, durch Houston gelaufen. In dem Glauben, dass das die Hauptstadt von Texas ist, dass es dort gewöhnlich ist, solche Hüte zu tragen. Ja, okay, da hat keiner irgendwelche Hüte getragen. Wir sind tatsächlich zum Glück wenigen Leuten begegnet, weil die Stadt an dem Tag irgendwie komplett leer war. Naja, einer hat uns darauf angesprochen, fand das cool, weil ich glaube, die freuen sich darüber, wenn da Touristen sind, die sich so für die amerikanische Kultur ein bisschen interessieren und so. Und ja, dann haben wir halt noch auf der Straße auf den Pferden ein paar Cops da langreiten sehen. Die fanden das auch cool und haben dann hier so diesen, wie nennt man das eigentlich, diesen Hut so runtergezogen. Ja, die haben uns gegrüßt. Also, es ist schon so, wie John gerade sagt, die Amerikaner freuen sich, wenn man sich auch in gebrochenem Englisch mit ihnen unterhält. Sie freuen sich, wenn man versucht, ihre Sprache zu sprechen. Und sie freuen sich, wie John auch schon eben sagte, wenn man versucht, an ihrer Kultur teilzuhaben und an den Sachen einfach mitmacht, wie sie es auch tun. Das haben wir zum Beispiel gemacht, indem wir uns jeden Tag Bürger reingepfiffen haben. Zum Beispiel. Jeder hat seine eigene Art. Es ist ein Abenteuer, so eine Reise. Und das soll es ja auch sein. Und es würde auch keinen Spaß machen, wenn es kein Abenteuer wäre. Trotzdem, bei allem Spaß, den man hat, soll man immer die Vorsicht auch nicht ganz vergessen. Man muss genau wie hier in Deutschland natürlich aufpassen, wie man sich bewegt, wo man sich bewegt und vor allem in welche Gegenden man hineingerät. Wir hatten, muss ich sagen, auf unseren Reisen keine einzige gefährliche Situation gehabt. Es gibt halt diese Vorurteile, dass die da alle um sich ballern. Und ja, ich finde da und da mal der eine Amoklauf statt. Davon haben wir zum Glück nichts mitbekommen. Gar nichts. Aber ich will das auch nicht gut reden. Aber man kann, glaube ich, in so einem Land den Leuten auch nicht die Waffen wegnehmen. Weil ich glaube, jeder, der irgendwelche Westernfilme kennt oder so, so war das da früher. Das war der Wilde Westen. Jeder hatte da seinen Revolver und er hatte seine Gewehre, um sein Land zu verteidigen. Und es ist ja für die ja immer noch so, dass die ihr Land da haben und auch teilweise ihr Land verteidigen müssen. Also ich meine jetzt so ihr Grundstück mit ihr Land. Nur gibt es dann halt so Leute, die sich das halt anders... Das ist aber ein anderes Problem. Es gibt dort andere Gesetze. Ein Amerikaner darf seinen Grund und Boden gegen Eindringlinge verteidigen. Mit einer Waffe zum Beispiel. Und den Leuten, da kannst du die Waffen nicht wegnehmen. Weil das ist halt schon immer so gewesen, dass man dort mit seinen Waffen rum... Gut, man kann die Waffen, das ist auch für uns, das war eine Überraschung irgendwie, oder komisch anzugucken. Man geht in den Supermarkt oder in einen ganz normalen... Man kann da Waffen kaufen. Man kann da einfach die Waffen kaufen, die Patronen kaufen. Natürlich wir als Touristen nicht. Also uns hätte man keine Waffe verkauft. Ich brauche auch keine Waffe. Oder auch der Vorteil, dass man von einem Cop irgendwie weggeballert wird, wenn man irgendwie falsch parkt oder so. Das ist auch ein Aberglaube. Okay, das ist jetzt ein blödes Beispiel so, aber die Cop, wenn du Probleme mit den Cops hast, dann... Keine Ahnung, dann schreien die vielleicht mal höchstens rum oder so. Einmal waren wir auf so einer befahrenen Straße in Miami, da hat ein Cop uns ein bisschen blöd angeguckt, weil Stefan Probleme mit dem Auto hatte, aber... Hä? Ja, da konntest du ja nicht irgendwie reinfahren irgendwie. Naja, aber sonst haben wir uns mit einem Cop unterhalten, der war auch komplett cool. Da haben wir leider geparkt vor einem Polizeirevier. Auf dem Polizeiparkplatz. Und ja, wir mussten kurz aus dem Navi gucken. Erstmal kam er so richtig so an, so hier. Er guckt so richtig böse erstmal durch diese Scheibe. Und dann hat er sogar noch abgecheckt, ob Stefan mich entführt. Aber da ja, indem er meine Hand so zweimal gedrückt hat und mir dann in die Augen geguckt hat, aber ich glaube, da wir beide einen starken deutschen Akzent haben, war der Verdacht eh nicht so... Wie gesagt, es ist ein Abenteuer. Aber der Cop war richtig nett, der hat uns den Weg zum Kino verraten. Das stimmt. Und sein Instagram gezeigt. Ja, wir würden immer wieder so eine Reise machen. Ich kann es auch nur jedem empfehlen. Es sind natürlich Kosten, die man einplanen muss. Also wir haben ungefähr für so eine Reise immer so zwischen 6.000 und 8.000 Euro bezahlt. Für zwei bis drei Wochen waren das immer. Aber das jetzt alles noch aufzuführen würde jetzt den Rahmen sprengen. Genauso wie noch alle Ketten, die wir empfehlen vorzuschlagen. Aber abschließend möchte ich sagen, bitte, bitte, wenn ihr Fast Food mögt oder selbst wenn ihr es nicht mögt und es ausprobieren wollt, dann geht zu Wendy's. Das ist so ein geiler Laden und da gibt es, was weiß ich noch für einen Burger, irgendwas mit Doppelcheese, den müsst ihr mal probieren. Ich kriege schon wieder Hunger. So, das war unser Infovideo zum groben Thema Planung einer USA-Reise. Ich hoffe, wir konnten euch die meisten Fragen beantworten. Falls noch Fragen offen sind, gerne in die Kommentare schreiben. Ja, das war's. Tschüss. Tschüss. Musik Musik